Hast du Hast du einen Stift? Hai una penna? Kann ich Posso Kann ich dein Telefon benutzen? Posso usare il tuo Telefono? Posso usare il tuo Telefono? Ich brauche Ich brauche einen Rat Ho bisogno di un consiglio Ho bisogno di un consiglio Ho bisogno di un consiglio Ich denke, dass Penso che Ich denke, dass es regnen wird Penso che piovera Penso che piovera Penso che piovera Penso che piovera Penso che tu abbia ragione Credo che tu abbia ragione Credo che tu abbia ragione Könntest du Potresti Potresti Könntest du mir damit helfen? Potresti Aiutarmi Con questo Potresti Aiutarmi Con questo Potresti Aiutarmi Con questo Ich möchte Vorrei 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 Ich möchte bitte einen Kaffee Vorrei un caffè, per favore Vorrei un caffè, per favore Vorrei Vorrei un caffè, per favore Vorrei un caffè, per favore Was denkst du über Cosa pensi di Cosa pensi di Was denkst du über diesen Plan Vorrei un caffè, per favore Cosa pensi di questo piano? Ich suche. Sto cercando. Ich suche den Bahnhof. Sto cercando la stazione. Gibt es. Gibt es einen Supermarkt in der Nähe? C'è un supermercato nelle vicinanze. Wo finde ich? Dove trovo? Wo finde ich ein gutes Restaurant? Dove trovo un buon Ristorante? Dove trovo un buon Ristorante? Wie komme ich zu? Come arrivo a? Come arrivo a? Wie komme ich zum Flughafen? Come arrivo all'aeroporto? Wie spät ist? Che ore sono? Che ore sono? Che ore sono? Wie spät ist das Treffen? A che ore è l'incontro? A che ore è l'incontro? A che ore è l'incontro? Ich komme aus. Wengo da. Wengo da. Ich komme aus Deutschland. Wengo da. Wengo dalla Germania. Wengo dalla Germania. Weißt du, wo John ist? Sei dove si trova John? Ich versuche zu. Ich versuche, Englisch zu lernen. Ich versuche, Englisch zu lernen. Ich verstehe nicht. Ich verstehe dieses Wort nicht. Ich verstehe dieses Wort nicht. Ich verstehe dieses Wort nicht. Könntest du erklären? Könntest du mir das erklären? Potresti spiegarmelo? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob ich kommen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob ich kommen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob ich kommen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob ich kommen kann. Möchtest du? Wo resti? Möchtest du zu uns stoßen? Vorresti unirti a noi? Vorresti unirti a noi? Was ist passiert? Was ist im Büro passiert? Was ist 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 passiert? Ich muss diesen Bericht fertigstellen. Devo finire questo rapporto. Devo finire questo rapporto. Ich will. Voglio. Ich will nach Hause gehen. Voglio andare a casa. Ich kann. Ich kann dir morgen helfen. Posso aiutarti domani? Posso aiutarti domani? Es scheint. Sembra. 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 Es scheint interessant zu sein. Sembra interessante. Sembra interessante. Sembra interessante. Ich plane zu. Ho intenzione di. Ho intenzione di. Ho intenzione di. Nächstes Jahr zu reisen. Ho intenzione di viaggiare l'anno prossimo. Ho intenzione di viaggiare l'anno prossimo. Ho intenzione di viaggiare l'anno prossimo. Lass uns. Andiamo a. Andiamo a. Andiamo a. Lass uns heute Abend ausgehen. Andiamo fuori stasera. Andiamo fuori stasera. Andiamo fuori stasera. Ich versuche zu. Ich versuche, Tom zu erreichen. Sto cercando di contattare Tom. Sto cercando di contattare Tom. Sto cercando di contattare Tom. Es sieht so aus, als. Es sieht so aus, als würde es schneien. Sembra che nevicherà. Sembra che nevicherà. Sembra che nevicherà. Ich fühle. Mi sento. Mi sento. Mi sento. Ich fühle mich heute glücklich. Mi sento felice oggi. Mi sento felice oggi. Mi sento felice oggi. Ich habe beschlossen zu. Ich habe beschlossen, einen Tag freizunehmen. Ho deciso di prendere un giorno libero. Ho deciso di prendere un giorno libero. Ho deciso di prendere un giorno libero. Ich lerne zu. Sto imparando a. Sto imparando a. Sto imparando a. A cucinare cibo italiano. Sto imparando a. Cucinare cibo italiano. Sto imparando a. Cucinare cibo italiano. Brauchst du. Hai bisogno di. Hai bisogno di. Hai bisogno di. Aiuto. Kann ich Ihnen helfen? Posso aiutarla? Posso aiutarla? Posso aiutarla? Posso aiutarla a trovare qualcosa? Ich interessiere mich für. Ich interessiere mich für Kunst. Ich interessiere mich für Kunst. Ich interessiere mich für Kunst. Ich mache normalerweise. Di solito faccio. Di solito faccio. Di solito faccio. Ich gehe normalerweise früh ins Bett. Di solito vado a letto presto. Di solito vado a letto presto. Di solito vado a letto presto. Ich mache oft. Spesso faccio. Spesso faccio. Spesso faccio. Jogging la mattina. Spesso faccio. Jogging la mattina. Spesso faccio. Jogging la mattina. Ich mache manchmal. A volte faccio. A volte faccio. A volte faccio. A volte faccio. Ich schaue manchmal am Wochenende filme. A volte guardo film nel fine settimana. A volte guardo film nel fine settimana. A volte guardo film nel fine settimana. Ich mache selten. Raramente faccio. Raramente faccio. Raramente faccio. Ich esse selten außer Haus. Raramente mangio fuori casa. Raramente mangio fuori casa. Raramente mangio fuori casa. Ich denke. Penso. 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 Ich denke, du hast recht. Penso che tu abbia ragione. Ich denke nicht. Ich denke nicht, dass das eine gute Idee ist. Non penso che sia una buona idea. Es ist möglich, dass... Es ist möglich, dass wir nächstes Jahr umziehen. Es ist notwendig zu. Es ist notwendig, bei dieser Arbeit Englisch zu sprechen. Es ist wichtig zu. Es ist wichtig, ehrlich zu sein. Es ist besser zu. Es ist besser, sicher zu sein, als es zu bereuen. È meglio essere sicuri, che pentirsi. Es ist einfach zu. Es ist einfach zu lernen mit Übung. Es ist schwierig zu. Es ist schwierig, früh aufzuwachen. È difficile svegliarsi presto. È difficile svegliarsi presto. Es macht Spaß zu. Es ist divertente, mit Freunden zu reisen. 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 Es ist langweilig, in der Schlange zu warten. Ich bin nicht divertente, mit Freunden zu lernen. Es ist beeinflusst, mit Freunden zu reisen. Es ist aufregend zu. Es ist divertente, mit Freunden zu reisen. Es ist divertente, mit Freunden, Grünen,gend James Indonesia Es ist aufregend, ein neues Projekt zu starten. Es ist aufregend, ein neues Projekt zu starten. Es ist aufregend, ein neues Projekt zu starten. Es ist überraschend, dass sie das Spiel gewonnen haben. Es ist erstaunlich, dass... Es ist erstaunlich, dass die Technologie so weit fortgeschritten ist. Es ist seltsam, dass... Es ist seltsam, dass er nicht angerufen hat. Es ist klar, dass... Es ist klar, dass wir unsere Strategie ändern müssen. Es ist offensichtlich, dass... Es ist offensichtlich, dass sie verärgert ist. Es ist klar, dass... Es ist wahr, dass sich harte Arbeit auszahlt. Es ist wahr, dass... Es ist wahrscheinlich, dass wir dieses Jahr eine Gehaltserhöhung bekommen. Es ist unwahrscheinlich, dass... Es ist unwahrscheinlich, dass die Veranstaltung abgesagt wird. Es ist unwahrscheinlich, dass sie verärgert sind. 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 Vielen Dank.